Einen wunderschönen guten Tag meine lieben Freunde und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Return to Monkey Island. Wir machen wie immer direkt da weiter, wo wir aufgehört haben. Wir können in das Lagerfeuer starren und das machen wir jetzt. Okay, meine Hände wärmen. Das hat bestimmt hinterher noch irgendwas zu tun oder vielleicht auch nicht. Es ist eine Art Minispeer. Ich detecte eine bestimmte Respektive hier. Ja, es sieht ein bisschen wie ein Oas, oder? Noch ein wenig mit dem alten Piraten schwer abplaudern. Okay, ähm, kann ich hier sonst noch runter zu den Docks gehen? Ja, dann machen wir das doch. Weil bei den Docks ist ja diese Bar, wo wir hinwollen. Oh, das Plakat ist. Okay, also meine Frau, beziehungsweise Elaine, war ja vorher Gouverneurin. Ähm, Gouverneurin. Sorry. Äh, an den Docks entlang geschlendern. Ich spreche mit den Piraten-Leadern, bevor ich sehen werde, was LeChuck ist. Ach so, das ist LeChuck. Okay. Äh, b-b-b-b-b-b-b. Und Carla war irgendwie Teil unserer Crew. Also zumindest im ersten Spiel. Ihr könnt die Sammlung, das Sammelalbum, nochmal angucken. Da ist alles nochmal aufgebröselt. Beziehungsweise eine kleine Erinnerung. Ähm, das habe ich nämlich auch als allererstes angeguckt, bevor ich dieses Spiel angefangen habe. Mit der Piratin sprechen. Ich bin hier, um mit den Piraten-Leadern über eine neue Expedition zu sprechen. In der Back. Ich bin hier, um mit den Piraten-Leadern über eine neue Expedition zu sprechen. In der Back. In der Back. Okay. Äh, ist das jetzt das Quizbuch nehmen? Oh, ein Sammelkarten-Quizbuch. Es ist ein Buch, um die Sammelkarten-Karten zu schocken, collectible Trivia-Karten. Sieht aus, als ob jemand es hier einfach unerwartet hat. Okay, dann nehmen wir es mit. Oh, eben im hinteren Teil des Gabba ist. Äh. Das werden wir hinterher rausfinden, im hinteren Teil. Neue Einrichtung. Sieht aus wie ein Circus-Akt. Vielleicht. Also, das kennen wir wohl anscheinend schon von anderen Spielen. Hier sollten doch die Piraten-Leader sein. Habt ihr die Piraten-Leader gesehen? Das ist ihre Karte. In Wahrheit, du würdest wahrscheinlich besser gehen. Du willst nicht hier sitzen. Das ist unsere Karte, Remy. Wir sind die Piraten-Leader. Oh oh. Ich hatte nicht gehört, dass es einen Führungswechsel gab. Wo sind die drei älteren Herren, die hier immer Hof gehalten haben? Soll ich mit euch über die Finanzierung einer Expedition sprechen? Ich hatte nicht gehört, dass es einen Führungswechsel gab. Ich hatte nicht gehört, dass es einen Führungswechsel gab. Oh nein. Hatte niemand erinnern, dich zu notifieren? Vielleicht hat dein Partei-Invite in der Mail verloren. Oh, richtig. Ähm. Ist es dich, die ich zu sprechen, um eine Expedition zu finanzieren? Eine Expedition? Wer ist es, die du denkst, dass du genau bist? Oh, verdammt. Ich bin Guybrush Threepwood. Wahrscheinlich habt ihr es schon von mir gehört. Ich bin die grundsolide Investition, auf die ihr gewartet habt. Ich meine, wahrscheinlich ein Pirat, der nicht würdig ist, in eurer erhobenen Gegenwart zu sein. Dann werden die uns garantiert wegschicken. Da lege ich meine Hand für ins Feuer. Ich bin eine grundsolide Investition, auf die ihr gewartet habt. Das ist ein Rekord-Solli-Investition. Das ist ein Rekord-Solli-Investition. Spare me the greasy sales pitch. Es ist nicht wirklich ein Raubzug. Genau, es ist ein Raubzug. Ich werde das Geheimnis von Monkey Island finden. Ah. Hm. Leute. Leute, Leute. Vielleicht mache ich zuerst ein bisschen... ...bisschen... ...bisschen... ...bisschen leiser. Äh, genau. Es ist ja ein Raubzug. Okay. Wir halten uns nicht in Suspense. Was ist das Ziel? Ich werde das Geheimnis von Monkey Island finden. Ich werde das Geheimnis von Monkey Island finden finden. Du wirst uns Zeit verhastet. Das Geheimnis? Ich dachte nicht, das war sogar ein reales Ding. Es ist ein Preis von unschätzbarem Wert. Unglaublichen kulturellen Wert. Es ist ein Rätsel für die Ewigkeit, das gelöst werden muss. Es ist eine persönliche Leidenschaft von mir. Ich möchte es wirklich finden. Das wird die, glaube ich, nicht interessieren. Ähm, weil ich kenne Menschen. Und diese Menschen sind... ...sehr... ...unschätzbarem Wert. Unglaublichen kulturellem Wert. Ich glaube, das ist so ziemlich das Gleiche. Ähm. Es ist ein Rätsel für die Ewigkeit, das gelöst werden muss. Es ist ein Rätsel für die Ewigkeit, das gelöst werden muss. Es muss nur gelöst werden. Das einzige Mysterium hier ist, wer dich in diese Bar lässt. Ah, das ist schon ziemlich gut. Das ist ein gutes Comeback. Ha, 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 ha. Okay, ich fühle mich ein Rätsel, aber hör mich aus. Äh, es könnte sich für euch lohnen, mir zu helfen, eine Mannschaft anzuheuern. Würdet ihr mir wenigstens etwas Geld vorstrecken? Könntet ihr mir wenigstens sagen, wo ich ein Schiff finden kann? Es könnte sich für euch lohnen, mir zu helfen, eine Mannschaft anzuheuern. Oder ihr seid wild, um mir zu helfen, eine Mannschaft anzuheuern oder so. Oh, ha, 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 ha. Okay, mit Unterstützung kann ich es ausarbeiten. Mit Backing? Ich kann es ausarbeiten. Es ist eine sicherheitliche Investition. Tripple dein Geld oder dein Geld zurück. Nicht interessiert. Oh. Aber wenn ihr diese Gelegenheit nicht wahrnimmt, wird LeChuck sie ergreifen. Und das? Wollen wir das? Ich denke nicht. Wenn du nicht diese Möglichkeit hast, LeChuck will grab es. LeChuck? Ja. Der Dreaded Zombie Ghost Pirate LeChuck selbst ist auch noch nach der Secret. Er ist hier in Melee, hier in Melee, jetzt bereit zu sein. Wenn das nicht wahrnimmt, ist es eine Wurzweilung, ich weiß nicht mehr was zu erzählen. Great. Problem solved. Excellent. Du hast es. Ha. No, natürlich nicht. Warum nicht mehr Geld auf eine Expedition, wenn du einfach nur mit der Einstieg ist, das ist bereits zu gehen? Hab Spaß mit deinem Schiff, Freund. Bye-bye. Well, the slight problem with that idea is that LeChuck and I are basically mortal enemies. Alright. Oh, Jesus. Oh, damn. I don't need you or your money. Ja, das bezweifle ich. Wenn ich ein Schiff nicht kaufen kann, dann stehle ich einen. Ich bin ein Pirate. Ich finde einen Weg, um zu Monkey Island zu kommen, egal was es braucht. Hm, ich mag die alten Pirate-Leader besser. Okay, ähm. Ein Schiff finden oder besorgen. Das Geheimnis von Monkey Island finden und die glorreichen Zeiten noch einmal durchleben. Ach, die Skamba. Oh, Name scheint, dass es noch besser fit ist, als es damals war. Weil da ist ganz drin leben. Okay. Äh, zur unteren Straße. Also ich... Oh, da ist Elaine. Elaine? Guybrush! Warte, 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 jetzt ein muczy Teil? Ein bisschen, aber ich kann über die Hüge und Küsse gehen. Elaine! Guybrush! Ich hatte gehofft, dass du in dieser Geschichte auftauchen würdest. Ja. Wie läuft dein Projekt zur Skorbut-Prävention? Du hast nicht zufällig ein Schiff dabei. Erinnere mich daran, wie lange wir schon verheiratet sind. Oh, ja, erinnere mich daran. Wie lange wir verheiratet sind? Oh, es fühlt sich trotzdem wie der erste Tag, irgendwie. Wie läuft dein Projekt? Du hast nicht zufällig ein Schiff dabei. Du hast nicht zufällig ein Schiff dabei. Nein, schade. Ich kam auf einen Charter. Oh. Just wie du. Ich habe das gedacht, aber es lohnt, mich zu fragen. Und ich finde es schwerer, als ich dachte, zu holen ein Schiff und eine Crew für meine Expedition. Die neue Lokale-Leadership war weniger als unterstützend. Warum nicht die Hüge auf den Docks? Ich bin sicher, dass du etwas findest. Danke. Ich versuche das. Wie läuft dein Projekt zur Skorbut-Prävention, mein Schatz? Wie ist dein Skirvy-Prävention-Projekt? Es ist großartig! Wir werden viele Lime zu viele Sailern und schützen viele Leben. Ich muss mit einem Weg mit Kapitän Madison sprechen, doch. Die Druck, die sie auf die Stadt setzt, macht es schwer für soziale Programme, wie meine. Ist sie immer noch Gouverneurin? Und Carla will sie jetzt ablösen? Ich weiß es nicht. Klingt, als hätten wir beide Kapitän Madison kennengelernt. Äh, klingt, als hätten wir beide Kapitän Madison kennengelernt. Ich mag sie nicht. Sie ist diejenige, die geholfen hat, um das Schiff zu verlassen. Sie versteht nicht die Wert der Gehörte der Monke Island. Sie lacht an mich! Ich auch. Obwohl, die Frau hat keine Gäste und eine lössehende Humor. Ich fühle mich schon besser, wenn ich... Oh, ja, ich fühle mich besser, wenn ich mit den Leuten rede. Okay, du musst wahrscheinlich los. Aber richtig savage. Okay, tschö. Nein, du sagst zuerst. Nein, du sagst zuerst. Okay, tschö. Bye. Okay. Alright, wo ist mein... Die Statue kritisieren. The problem with this statue is it's not a statue of Elaine. The best ever governor of Melee. Oh, he's a little himbo. It doesn't look finished. Okay. Um, das Flugblatt lesen. It's Elaine's flyer about how limes combats scurvy. It's important, but boring. I've never once made it all the way to the end. Okay, das Flugblatt lesen. Oh, rude. Ah, wie drögend. Well, the voodoo here must be authentic, kulturell and historically accurate. The science is so. Alles zum halben Preis. Wir gehen pleite. Ah, the international house of Mojo. This place hasn't changed in years. Okay. 50%, 90%. Leute, Saale, Saale, Saale. Highbrush Threepwood. Nice to see you again. I have been waiting for you. Oh. Du meinst, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben? Das ist Jahre her. Ich gehe auf die Suche nach einem Geheimnis von Monkey Island. Ich nehme nicht an, dass du einen Haufen Geld zur Hand hast und eine Expedition finanzieren willst. Weißt du, wo ich das verfügbare Schiff finden kann? I don't... I cannot give you what you wish. But perhaps I can help in another way. Rude. Allow me to seek knowledge on your behalf. Yeah. Will it cost me anything? Pride. Free will. Not much. Good lady. Oh. The way to the secret is like a serpent, which swallows itself. Many obstacles lie ahead. Serpent, obstacles, got it. Oh, ein Schiff. Oh, es wird untergehen. Let's be cool. You must walk the path. Yet you have already walked the path. And now I'm going back again. Okay. When you are unsure of the way forward, open this book for guidance on what is to come. It can tell me my future? In a way. Think of it as a book of hints. What is it really? A book of hints. Use it wisely. To know too much diminishes the voyage. Meet. Thanks. No charge. Now you must go. I have a luncheon. And your destiny lies at the docks. It does? Most assuredly. I have a few coins for incidentals. At the chamber of commerce midnight luncheon. Back shortly. The sign says at chamber of commerce midnight luncheon. Back shortly. It's like Wally has got a new place in Melee. I hope he's not still soer about the monocle. Oh, das ist unser Kumpel, den wir da bekloppt haben. So, und das Schild lesen. Property for closed by order of Madison Enterprises. Oh, this was my favorite Novelty store. Okay. Das nochmal Graffiti. I don't think a person would just paint on a wall like that. This place has kind of gone downhill. Oh, yeah. That clock has been broken for decades now. Okay, dann gehen wir zur oberen Straße. Oh, eine Notiz. The note says forced to close. Thanks for the memories. But cash would have been better. Looks like a volcano island with horns that swallowed a basketball. Aww, this is where I risked my neck for Elaine. And she showed me she only needed me to risk my heart. Also, the windows need some work. Hi. Everybody thinks they know more than the other. Okay. Once you have a key, you've got to open the door. Things are not what they seem. Alright. So, das Gefängnis besuchen, weil... Wir sind Pirat. Da werden wir früher oder später landen. Haha, wait. Guybrush-Stripwood? Haha! Otis! Howdy, kid! And Stan! Otis, old pal. You haven't changed much since I last saw you. I blame the government. In fact, didn't we first meet right here? Not at all. I was in the other cell that time. You look different somehow. Äh, new art style? How nice of you to notice. Okay. Äh, große Neuigkeiten. Ich bin auf der Suche nach einem Geheimnis von Monkey Island. Wofür haben sie dich diesmal eingesperrt? Ich nehme an, du wirst nicht noch hier sein, wenn ich zurückkomme. Ähm, große Neuigkeiten. Big news. I'm going after the secret of Monkey Island. That sounds fantastic! He gets it. You know what I remember most about Monkey Island? The time you busted me out of jail right before we went there. I don't cruise ships anymore. But maybe you can still help me out. Like you did all those years ago. Possibly, though. It was kind of tricky last time. And I didn't get much out of it in the end. I would be most appreciative. A locksmith has opened very conveniently across the way. I'm told locksmiths can make keys for things. Things like sell doors? Oh, imagine that. Das stell dir vor. What did they get you for this time? I'm a victim of circumstance. Circumstance being that too much attention gets paid to little things that don't hurt anyone, while hard killers run the streets with pistols and swords. Mir ist aufgefallen, dass du nicht gesagt hast, für welches Verbrechen sie dich eingesperrt hatten. I noticed you didn't say what crime they locked you up for. It was nothing. I was just picking some flowers. In the forest? No. No. That's illegal. I learned my lesson. I picked them from the governor's garden instead. Blumen aus dem Garten der Gouverneure zum Pflücken klingt nach einer unklugen Entscheidung. Oh, ja. Plummen aus dem Garten der Gouverneure zum Pflücken klingt nach einer unklugen Entscheidung. We used to be friends. Sort of. Anyway, they aren't even her flowers. Taxes pay for them. It's public property. I don't know why anyone bothers me about it. I don't hurt anybody. We accept the flowers. They're annuals. They're doomed anyway. Guybrush, you gotta get me out of here. It's custard night. I don't think I can take that again. I'll make it my number three priority. Thanks. Cute. Wichtige Information. One. No escaping. Oh, alright. It says, jail rules. One. No escaping. Hey, Stan. Hello there, son. I was hoping to buy a ship from you. Well, now normally I would do absolutely anything to get you into a comfortable ride right away. But my hands are tied. They're shackled. I can't do it. Not at any price. I'm completely out of inventory. Every ship on the lot was seized by unskrupulous lawyers who don't care about your sailing needs the way I do. Oh, that's terrible. Believe me, I feel worse about it than you do. Okay. Kann ich ein Schiff von dir bekommen, wenn du aus dem Gefängnis kommst? Kannst du mich an einen Mitbewerber verweisen? Hast du Tipps, wenn man ein Schiff von jemand anderem klaut? Ich glaube nicht, dass wir von ihm ein Schiff bekommen, wenn er aus dem Gefängnis kommt, weil er gerade gesagt hat, dass er kein Inventar hat. Kann ich ein Schiff von dir bekommen, nachdem du aus dem Gefängnis kommst? Rude. Okay, kannst du mich an einen Mitbewerber verweisen? Das wird er wahrscheinlich nicht machen. Ich brauche ein Schiff. Ich brauche ein Schiff. Ich brauche ein Schiff. Okay, hast du Tipps, wie man ein Schiff von jemand anderem klaut? Tipps on how to steal a ship from someone else? One word, son. Mutiny. Get yourself on board a worthy vessel, gain the confidence of the crew, wait for the right moment, and strike. If you don't get killed, look me up afterwards. I'll give you a good price for anything that can stay above the waterline. Naturally, it'll have to be store credit until I get back on my feet. Um, danke. Okay, well, thanks, I guess. Anything I can do to help you, let me know. As long as it doesn't involve selling you a Schiff. Okay. Äh, bist du sicher, dass es keine Möglichkeit gibt, mein Gott, meine Haare, äh, ein Schiff von dir zu kaufen? Hast du... Was hast du getan, dass du verhaftet wurdest? Würdest du dir helfen, wenn ich dich aus dem Gefängnis befreie? Okay. Ich kann ihn noch, glaub ich, fragen. Äh, kann ich sonst noch was für dich tun? Jetzt, dass du es erwähnt hast, ist es eine Sache, die ich während meiner Zeit hier in dieser leckersten Begründung habe. In all der Rutsch und Fuss und Dokumentenschredding, die mich umgekehrt sind, habe ich komplett vergessen, meine Schiffbrüche zu holen. Wenn du durch die Schiffschule gehst, kannst du es für mich holen. Es wird auf meinem Tisch in der Office. Natürlich. Okay. See you later. Also, Otis müssen wir befreien. Äh, Stan nicht. Okay. Grobes Graffiti. Wir gehen zum... Hallo. Ah, ja. Oh, oh. Du siehst sehr cool. Das ist eine beeindruckende Maschine. Ja. Das wäre nicht so viel wie eine Schiffschule, ohne einen Schiffgrinder. Wie ein Papagei kommentiert. Und auch witzig. Aber es war meine Mutter's Lieber. Awww. Elegantes Buch. Meine Mutter. Please don't touch it. Okay. Konnte man vorher schon in die Schlosserei? I see a peninsula trailing off into small islands. But no X marks the spot. It's southern Florida. I have family there. Süd Florida. Alright. Nach den Schlössern fragen. What's that lock? That's for hats. Für Hüte? Hä? Okay. Nach den Schlössern fragen. That's for a lockable quiver. Alright. Clevere verschüttelte Kiste. It's a locksmithing test. Close it all up and if you get the key out, you pass. That's the beginner level. Yes. The real challenge is to lock the larger box inside the smaller one. Okay. Die Quizkarte nehmen. Ach, ich muss jetzt Quizkarten suchen. Okay. Nach den Postlefragen. Is that from a famous locksmith band or something? My mother's band? The golden keys. They were named after some actual golden keys that she spent a bunch of time looking for. Okay. Ah, ein Wortspiel über das Gebilde. Oh Jesus. Was ist das? What is that? It's definitely not a key. Or a lock. It's a fishing lure, of course. Of course. Of course. I see everyone in that portrait has lovely locks. If you have to make a pun, at least make a good one. Oh man. Okay. Ähm, wir... Ach so, ja. Wir können ganz normal mit ihr reden. Das ist vielleicht... Okay. Ähm, können sie wirklich Schlüssel für Dinge herstellen? Das kommt mir wie ein Zaubertrick vor. Das... Wer ist die alte Dame im Fenster gegenüber? Was? Ach so. Die... Ach so. Ja. Okay. Ich bin auf der Suche nach einem Geheimnis von Monkey Island. Ich denke, ich werde mich ein wenig umsehen. Wer ist die alte Dame? Wer ist die alte Dame im Fenster? Du meinst Whitey Bones. Sie war der Untertaker hier seit Jahren. Oh. Sie kennt viele Dinge, die vielleicht nicht zusammenfassen. Mhm. Ähm. Wie gut kennen sie Whitey Bones? Wie alle kennen Sie Whitey Bones? Nicht gut. Aber sie war neben meinem Shop für einige Jahre. Sie war auch von meiner alten Location. Aber hat sie gewechselt, als du gewechselt? Ich bin sicher, es ist nur eine Coincidence. Oh. 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 Sounds fishy. Ähm. Ich bin um so viel nach der Woche auf Monkey Island. Ich bin um so viel nach der Woche auf Monkey Island. Ähm. Würden Sie gerne einer Piratenmannschaft beitreten? Wie würdest du eine Piraten-Kruise beitreten? Würde ich meinen Shop gehen? Ja. Das ist die generelle Idee. Die Kruise kommt eigentlich auf dem Schiff und, du weißt, die Kruise. Danke. Ich werde passen. Probier auf den Docken. Es gibt immer jemanden, der jemanden da unten befindet. Okay. Ähm. Schlüsse. Gib mir rein. Es scheint falsch zu sein, dass man einen Schlüssel nur anhand der Seriennummer erstellen kann. Ähm. Es scheint falsch zu sein, dass du eine Schlüssel nur an der Seriennummer machen kannst. Es ist ein Fehler zu sein. Falls Leute ihre Schlüssel verlieren. Sie wissen, wie Leute sind. Ähm. Sind Schlüsse nicht ein wenig sicher? Nicht... Bläh... Sind Schlösser nicht viel weniger sicher, wenn man nur eine Nummer braucht, um einen neuen Schlüssel zu bekommen? Wir brauchen bestimmt... Oh. Okay. Sind Schlüsse nicht viel weniger sicher, wenn alles, was du eine Nummer brauchst, um eine neue Schlüssel zu bekommen? Das ist weshalb, dass du das Seriennummer mit niemandem mitnehmen würdest. Was passiert, wenn man seinen Schlüssel und die Seriennummer gleichzeitig verliert? Was passiert, wenn du deinen Schlüssel und das Seriennummer gleichzeitig verlierst? Die Nummern sind meistens auf den Schlösschen, nur in der Fall. Und wenn du den Schlüssel verlierst, sind die Chancen nicht, dass du eine neue Schlüssel brauchst. Okay. Auf dem Schloss eines anderen zu lesen und einen Schlüssel anfertigen zu lassen. Was ist, dass mich das Seriennummer auf jemand anderes Lekt und eine Schlüssel gemacht hat? Die Nummern sind sehr klein genug, dass du sie eine spezielle Werkzeuge brauchst, um sie zu lesen. Nur ein Pro würde eine solche Werkzeuge haben. Oh. Kann ich mir ein Werkzeug zum Auslesen der Seriennummer von Schlössern ausleihen? Kann ich deinen Lektor-Serie-Nummer-Lektor auslesen? Okay. Ich denke, ich werde mich ein wenig umsehen. Okay. Okay. Äh. Sind die Kurika kostenlos? Sind die für Kunden? Nicht technisch. Aber bitte, hilf dir selbst. Oh. Oh. Einfach alle. Okay. Egal, Brush. Ich kenne mir das jetzt hier. Wir brauchen eine Lupe, um Otis zu befreien. Zumindest habe ich das daraus geschlossen. Hier kann ich nicht lang. Okay. Grobes Graffiti. Sieht kinder wie ein Eindruck. Illuminati. Du 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 du. Die Gasse erkunden. Ich brauche eine Lupe. Hallo. Guten Tag. Äh... Da liegt noch eine Quizkarte. Die Tür öffnen. Sieht, sie befinden sich, die Tür öffnen zu sein. Oh. Äh, zur Oberungsstraße. Also, wir haben zumindest jetzt irgendwas und wir werden vielleicht noch eine Lupe finden. Okay, wir können sprinten. Das ist schon mal sehr gut. Aus der Gouverneurin. Carla, wahrscheinlich. Hallo, guten Tag. Eureate mich. Hallo, Sordmaster. Bereit, um meine Bladen zu spüren. Du hast eine Hacke verwendet. Alles nur nicht dein Essen. Wann hast du das letzte Mal ein Bad genommen? Ich zeige dir mal, wie ein Stimper aussieht. Wann hast du das letzte Mal ein Bad genommen? Ha! Das war marginally clever. Es ist schön, dich wiedersehen. Du auch. Oh, ich liebe sie jetzt schon. Oh, boi. Ich habe von deiner Frau gehört. Sie kommt hier, um zu sprechen, um zu sprechen, um zu sprechen. Ich glaube, du bist irgendwie involviert. Elaine kommt schon. Klar, sie braucht mich nicht. Ich habe mein eigenes Projekt in der Mache. Ich bin nicht automatisch in alles und werde involviert, was Elaine tut, nur weil wir verheiratet sind. Äh, meistens schon. Elaine sagt, das Programm von Captain Madison behindert wird. Elaine sagt, das Programm wird von Captain Madison behandelt. Nicht das legislatische Teil, sondern das öffentliche Funding. Die Stadt war in einem Bind ein paar Mal zurück. Und das so-and-so, Captain Madison, sah eine Möglichkeit. Sie hat uns das Geld, das wir brauchten, aber jetzt sind wir auf der Krieg, die Interesse bezahlen. Dinge wie soziale Programme, Waste-Management und Town-Maintenance sind alle auf der Backburner. Ich mag diese Frau weniger jedes Minute. Du und ich beide. Okay, keiner mag Captain Madison. Äh, das Haus hat sich nicht sehr verhindert. Keine Ahnung. Elaines Style ist immer überall. Auch die Bücher sind sie. Sie sind meine Bücher jetzt, wie du es gut weißt. Okay, ich möchte, dass Carla mich heiratet. Ich bin ganz ehrlich. Ich suche nach dem Bild, aber ich sollte dich wieder Gouverneurin Zeug machen lassen. Ich sollte dich zurück zu Gouverneurin. Ja, du sollst. Oh. Aber ich mag dich, Carla. Achso, die unterhalten sich nur so. Ist das... Ich suche nach dem Geheimnis von Monkey Island. Ich suche nach dem Geheimnis von Monkey Island. Nein. Keine Ahnung. Also... Unmöglich, aber trotzdem möglich? Nein. Oh. Du möchtest eine Crew? Geh nach den Docken und sie einen holen. Oh. Aber ich habe nicht Geld. Gibt es ein Regierungsprogramm, das Expeditionen finanziert, um die Geheimnisse von Monkey Island zu finden? Asking for a friend. Also ich habe das Gefühl... Ich habe nicht wirklich nichts zu sagen. Ich mag es einfach machen. Die Praxis ist schön, aber ich bin heute schon beschäftigt. Gouverneurin Zeug. Okay, also ich habe das Gefühl, das Spiel will uns auf jeden Fall mit Lee-Chuck zusammen... äh... Ich sage immer Lee-Chuck, aber Le-Chuck zusammenführen. Klingt fischig. Ich werde nicht lieb. War ich gerade blöd? Keine Ahnung. Vielleicht sind auch meine Augen kaputt. Über alte Erinnerungen nachdenken. Ich habe immer gedacht, dass das wie mein altes Schiff aussehen war. Der Seamonke. Ahhhh. Blasch anstupsen. Ohhhh. Das offizielle Porträt der Gouverneurin berummen. Das offizielle Porträt der Gouverneurin berummen. Eww. Es sieht aus, Carla war nicht zu kümmern, um ihr Porträt zu machen. Ach die... Oh, das ist ein Pinsel. Ich hab grad gedacht, hm... Snack die mit nem Holz-ahmen Herz. Aber, okay. Äh, oh... Ne, das... Scharf. Okay. Ähm. Ich kann das Haus verlassen. Ich kann aber auch noch mal hier reingucken. Oh, die Cracker zählen. Ich habe genug, um mich zu lasten. Das Quizbuch öffnen? Ich brauche einen Hinweis? Nein, aber warum leuchtet das so? Also, ich muss zu den Docks. Die wollen mich zu den Docks schicken, aber... Oh, ich durfte hier drei teilen. Ich mag, dass es ein Dock ist. Bitte. Geh das und geh es weg. Es war ein Geschenk von der Herrle von Thickwater, wer ein schrecklichem Pug ist. Es ist viel Arbeit, um die Gouverneur zu sein. Bleib aus meinem Bett, Threepwood! Unhöflich. Noch nie was von Gastfreundschaft gehört? Jesus. Äh, den hinteren Teil ins Innere der Insel nehmen. Oh, oh, oh. Wir sind hier. Wir können in den Wald. Ähm. Werft. Ausguck. LeChucks Schiff. Untere Straße. Docks. Wir gehen zu den Docks. Oh, Schnellreisefunktion. Ich mag das. Äh, da ist ein kleines Schiff. Da ist die... Ne, wir wollen nicht an den Docks entlang schlendern. Okay. Uh, off and stay. Expedition to Fabled Monkey Island. Crew positions available. Serve under LeChuck, the most fearsome pirate on the Eight Seas. Equal opportunity employer. Inquire here. Looking for a job? Step this way. The clipboard in your hand says you're the quartermaster. The crew says I'm the quartermaster. Clipboard in your hand says you're the quartermaster. You look like a guy without many options. You want a job? I'm short a swabby. LeChucks an equal opportunity employer. Even humans are mostly tolerated. Oh. Auf jeden Fall. Ich wäre gerne ein Trubi. Hast du noch etwas Wichtigeres? Nein, danke. Ich werde meine eigene Expedition zu machen. I'm getting my own Expedition together. Suit yourself. I'm here if you change your mind. But don't dawdle. We sail with the tide. Okay. Rock. I hope this isn't one of those party-cruises. Say what you want about my evil horrible nemesis LeChuck. But he doesn't know how to stock a ship. No parking of demonic, ghostly or undead vessels or scooters. Tuesdays 3 to 4. Okay. Ähm. Sonst ist hier nichts. Moment. Was ist denn da gerade lang gelaufen? Okay. Ja. Ich werde den roten noch mal sehen. Zeig mir den roten. Ah. Okay. Der sah ein bisschen aus. Aus dem Augenwinkel. Wie der Bösewicht. Äh. Der eine von, ähm. Powerpuff Girls. Der mit den Krabbenhänden. Oh. Das Plakat lesen. Das ist. Das haben wir schon gelesen. Ähm. Ja, Leute. Was machen wir? Ja. Kurz überlegen. Wir wollen eigentlich... Wollen wir eine Lupe? Wir gehen nochmal in die Skamba. Skampis? Skamba. Okay. Mit den Piraten sprechen? Okay. Ich werde das Geheimnis von Monkey Island finden. Das klingt nicht wie Piraten zu mir. Oh. Rude. Hi Cobb. Es ist schwer zu glauben, dass du noch hier bist. Der Ort scheint anders zu sein als in meinen Erinnerungen. Ich werde das Geheimnis von Monkey Island finden. Willst du mitkommen? Erzähl mir von Loom. Keine Ahnung, wer das ist. War nett, mit dir zu sprechen. Ich werde das Geheimnis von Monkey Island finden. Willst du kommen? Ich habe gehört, das Geheimnis ist nur ein Marketing-Gimmick, der stand auf. Und nur die gullibenden und naifen würden ihn suchen. Ja, das sind genau wir. Ja, das Ort scheint anders aus dem, was ich erinnere. Aber du hast... Warum nimmst du dann nicht den Frag mich nach Loom-Button ab? Ach komm schon, erzähl mir von Loom. Um den alten Zeiten willen. Sag es. Sag es. Sag es. Sag es. Okay. Sag es. 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 Ich habe keine Ahnung, was Loom ist. Ich werde es wahrscheinlich gleich googeln. Ne, ich will nicht... Das wollte ich nicht. Ich habe drei Prüfungen bestanden. Ich habe den Geisterpiraten LeChuck für sie. Ich löse viele Rätsel mit meinem Verstand. Ich habe einen tollen Sinn für Humor und mag lange Spaziergänge am Strand auch. Ich kann zehn Minuten lang die Luft anhalten. Ich habe einen tollen Sinn für Humor und ich liebe Long Walken auf dem Beach. Ich bin ein Direktor von Combat Operations für die British Navy. Und ich habe zwei books auf ship-to-ship-taktik. Okay. Ich bin ein Founder und Co-Direktor von der Red Fleet. Und ich habe die Rätsel für die Zivilgesellschaft von San Domingo bis Venezuela. Ich bin ein Experte in 17 Formen Hand-to-Hand-Kombat. Drei von denen habe ich innen. Ich habe mit Bellamy, Teach und Roberts gearbeitet, bevor sie alle ein unvergültiger Ende hatten, die ich vielleicht nichts mit tun hatte. Nur damit Sie wissen, das ist das Kind der Resümee, die wir erwarten. Oh. Oh, okay. Ich gut erinnere. Ich gut erinnere. Ich lebe und lebe. Wie warst du? Äh, prächtig. P.G. Wie ist Elaine? Sie war immer mein Lieblingsgericht. Sie hat auch deinen Tab, wenn du in die Zeit verstanden hast. Wir sind öfter getrennt, als es mir lieb ist. Aber du bist trotzdem... Oh, ja. Wir sind trotzdem. Wir haben uns beide viel auf unserer Platt. Es ist eine zwei Platt-Rollung. Na, sag sie, ich sage Hallo. Ich will Zeit mit meiner Frau spenden. Habe ich gesagt, dass ich das Geheimnis von Monkey Island finden werde? Nein, ich glaube nicht, dass du es hast. Das ist spannend. Ja. Ich glaube, ich höre den Glaubenspick. Ich glaube, ich höre den Glaubenspick. Ich glaube, ich werde einen verdienen. Wie lange ich weiß, ist das einzige Glaubenspick, der da ist Lechucks. Auch besser. Drei Pferde mit einer Stein. Böde. Ich mag deine Gedanken. Ich glaube, ich höre den Glaubenspick. Ich glaube, ich höre den Glaubenspick. Ich glaube, ich höre den Glaubenspick. Woher? Schau mal. Ah, der Glaubenspick ist nie alt. Oh. Oh. Okay. Ähm. Die Atmosphäre in der Bar ist anders. Die Atmosphäre in der Bar ist anders. Ja, ich mag es nicht, aber ich habe die neue Leute gebeten. Alles ändert, Guybrush. Aber die Röcher bleiben die gleiche. Ich habe deine Wut gefehlt. Und deine hohe Alkohol-Toleranz. Hey. Ah, diese neuen Piratenanführer. Ha. Ha. Okay. Juhu. 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 Also hier sind auch einfach... Pest oder Garnische? Ah. Ah. Erinnert mich daran, hier niemals was zu essen. Aktive kleine Leute, nicht wahr? Ähm. Vielleicht ein Verwandter? Oh, oh. Das Bild steht. Okay, dann kann ich ihnen anbieten, beim Saubermacht zu helfen. Gut. Beeindruckendes Zertifikat. Das ist gesundheitlich. Es ist unglaublich, was du erreichen kannst, wenn du deine Minder anbieten kannst. Was? Wahrscheinlich gibt es viel, was du nicht wissen möchtest. Gut. Ähm. Beeindruckendes Zertifikat. Das ist gesundheitlich. Das ist gesundheitlich. Es ist unglaublich, was du erreichen kannst, wenn du deine Minder anbieten kannst. Und dann hast du eine Paket von Stick-on-Stars. Garnzige Lebensmittel. Oh. Damn. Äh. Mit dem Koch sprechen. Was hab ich denn noch hier? Ich möchte gerne dieses Bild stehlen, aber dafür muss ich ihn irgendwie ablenken, glaube ich. Ah, da war doch noch was. 20 Lebensmittel. Aber da war doch noch was anderes. 20 Lebensmittel. Hm. Doof. Die Tür öffnen. Oh, was ist das? Die Schnur untersuchen. Schnur. Als Möbel. Die Plakze sagt, in memory of looming seagulls of old. Die Plakze sagt, in memory of looming seagulls of old. Okay. Ich möchte aber jetzt gerne dieses Bild hier... Digga, komm. Go operieren. Oh, ich denke, ich höre den Gesundheitsinspektor. Was? Woher? Wurde. Ah, der Schreck wird sich nie alt. Ich habe ein bisschen gehofft, dass wir ihn damit ablenken konnten, aber... Sag mal, nicht. Der Mob bewundern? Na, es ist definitiv ein Mob. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und auf jeden Fall danke, dass ihr bis hierhin geguckt habt. Ähm. Ich liebe jeden einzelnen von euch da draußen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch eine traumhafte Zeit, einen traumhaften Tag. Wir sehen uns, meine Lieben. Toodaloo. Und Toodles. Nachfrage. Vielen Dank.